Scheiße, was zum drücken ist das? Willkommen zurück zu Entslave. Mal sehen, ob wir es in dieser Folge hier schaffen. Ich hab ne Aufnahmepause gemacht, um mich zu entspannen. Mal gucken, ob wir ihn jetzt hinkriegen. Ich fand den ja bisher nicht so angenehm. Diesen Boss hier. Komm, ich wollt grad sagen, ich schmeiß das blöde Ding in die Mitte. Ah, und der trifft mich. Komm, werf ne neue Bombe. Ja, und ich häng schon wieder fest. Junge, 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 Junge. Oh, da hab ich jetzt aber Glück gehabt. Ich hab nämlich vergessen abzusteigen. Ah, nein. Komm, komm Pixi, werf ne neue Bombe. Ah, und der trifft mich wieder. Äh, äh. Ich merk das schon. Der Sabas ist nicht mein Freund. Und der trifft mich schon wieder. Ey, verdammte Hacke. Ja, guter Schuss. Ich bin schon wieder ziemlich dauernd. Und, ey, das war doch wohl jetzt ein Witz, dass er mich da noch getroffen hat, oder? Ja. Falsche Tasse. Okay. Diesmal hat er mich nicht erwischt. Ja. Dann. Ja, zeig mir das doch. Ach, jetzt. Etwas unpassend, die Cut-Szene. Hm, hm, hm. Alter. Ah, verdammt. Ja, 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 so. Und. Wird es jetzt dagegen? Nein, es ist nicht dagegen gerannt. Verdammt. So, jetzt müsst ihr aber hinhauen. Ah. Ist nicht dagegen geknallt? Das gibt's ja wohl nicht. Hm. Ähm. Ich mag den nicht. Ich mag diesen Brot nicht. Ich bin gleich wieder dauernd. Ich hab jetzt gedacht, ich wär tot. Ich bin tot. Äh, okay. Äh. Naja, gut. Ist ja erst der dritte Versuch. Ich weiß nicht. Okay. Die Bomben sind nicht stark genug. Wir brauchen was Größeres. Das fängt wieder bei den Bomben an. Okay. Äh, bei dem Brenner, meine ich. Okay. Dann mal. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ach so. Jetzt muss ich hier oben abballern. Okay. Dann renn mal gerade irgendwo fest gegen. Ja, das ist so einfach gesagt. Ah, der hat mich wieder getroffen, ne. Warte, muss ich nochmal? Hm. Das gibt's nicht. Das Viech, das... Gut. Ähm, wo liegt das Ding? 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 Ach, da liegt das Ding. Okay. Naja, das ist glaube ich nicht so gut. So. Hm. Jetzt. Autsch. Okay. Es ist aber noch nicht down. Was noch kommt jetzt? Hey! Kommst du an den letzten Brenner ran? Wo ist denn der letzte Brenner? Ich helfe dir! Ach, da oben auf dem... ...wältsamen Finger? Au! Ja! Sonst ist es gut, ne? Und jetzt hoch mit dir! Wie hoch mit mir? Kann ich mich verarschen? Alter! Wie soll ich denn da hinkommen? Moment! Moment! Darf ich mich mal umgucken? Ähm... Irgendwo muss ich doch hoch können. Ich hab keine Ahnung wo. Na... Wo ist denn das? Da... Ähm... Äh... 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 Muss ja dann hier irgendwo... Nö... Nicht? Das ist super! Das ist super! Das ist super! Ich habe auch noch nichts gesehen, was jetzt irgendwie blinkt oder so. Ähm... 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 Nein! Da muss ich hoch! Ach, da! Hauer! 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 Boah! Okay! Und dahin... Und... Das sieht aber nicht sonderlich stabil aus! Ach so, das war jetzt nicht das Ende. Okay. Und hopp! Und hopp! Und... Jupp! Und jetzt? Okay. Das war jetzt unspektakulär. Da hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Wenn du ein bisschen Grips hättest, würdest du kein Mädel anmachen, das gerade seinen Vater verloren hat. Ach, das ist also deine Masche, hm? Ich külter zum Hauswein. Ist doch irre. Jawohl, irre Schleif. Nein, nein, so dumm! Oh, oh. Oh, oh. Ach, nee. Wieder so eine Verfolgungsgeschichte. Na, super. Ja, ja, ja. Das wird wieder so eine Sache sein, die wir höchstwahrscheinlich ein paar Mal machen müssen. Obwohl, ja, da ist der Fail schon. Ähm, wo denn lang? Ach da. Okay, das war's dann. Das Vieh begeht Selbstmord mit Trip drauf? Das ist interessant. Ja, ich häng da fest, leider Trip. Aber war schon besser. Aber ich bin da jetzt festgehangen, weiß nicht. Äh, der Krumm war wahrscheinlich zu kurz oder so. Oh, keine Ahnung. Ich konnte auf jeden Fall nicht wieder da hoch. Das ist kacke. Oh, das war falsch. Oh, okay, noch hingekriegt. Alter. Oh, ich kann nicht mehr. Es ist zu schnell. Vereil dich. Oh, hilf mir. Oh, hilf mir. Oh, ich kann nicht. Es ist zu schnell. Ich will schneller. Los doch. Yo. Feuerwerk. Feuerwerk. Ist das gerade Pixie, der auf mich zielt? Tatsächlich. Oh, ja, das ist es. Wir können loslegen. Das Sklave, das Einauge und das junge Mädchen. Gegen die mächtigen Sklavenhändler. Ein tolles Team. Der hat wirklich überall Schweine. Ein fliegender Bus. Okay. Ein Sklave, ein Auge, ein Auge und ein hübsches Mädchen. Der hat doch zwei Augen. Kapitel 12. Der Damm. Warum ist der Mauszeiger da oben? 500 Meilen später. Meinem Berechnung nach wird 1200 Meilen zurückgelegt. Hoffentlich sind wir bald da. Sie verlieren an Höhe. Sie sieht aus, als wollten Sie landen. Hey Pixie, Pixie. Unbekanntes Flugobjekt. Warum nähern Sie sich unserem Luftraum? Wir haben keine Landekurz für Ihr Schiff. Unbekanntes Objekt. Hören Sie mich. Antwortet. Ja, 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 ich höre. Unbekanntes Objekt. Warum sind Sie in Landekurz? Wir hatten Schwierigkeiten. Ein paar Turbulenzen. Turbulenzen? Ja, Sir. Es wurden keine Turbulenzen gemeldet. Allerdings wurden Schrottschiffe von einem unbekannten Objekt verfolgt, dessen Beschreibung ausgepackt. Wirklich? Also, wie seltsam. Davon habe ich wirklich nichts gehört. Unbekanntes Objekt. Übermitteln Sie die Landekurz. Die Landekurz? Landekurz? Ja, übermitteln Sie Ihre Landekurz. Oder wir gehen davon aus, dass Sie Feinde sind und eröffnen das Feuer. Verstanden. Moment. Willst du mir jetzt sagen, was zum Teufel hier eigentlich los ist? Meine Landekurz sind... Äh... Eins? Eins? Ja. Eins, was? Zwei. Ich glaube, es klappt. Und, kommst du? Eins! Das ist kuschelig. Ja. Sieht so aus, als wäre ich diesmal ganz dicht am Geschehen was. Manke, könntest du deine Hand woanders hinlegen? Ich wüsste nicht, wie. Also, deine Hand liegt auf meinem Gemächt. Sieht so aus, als wäre ich nicht… Die haben den nicht durch das komplette Rohr durchgezogen, oder? Er ist hier irgendwo. Naja, irgendwie traue ich Pixi nicht so wirklich über den Weg mittlerweile. Alter Finne! Ich glaube, ich habe den Leviathan gefunden. Und wir holen ihn uns, Monkey. Aber wie? Ich weiß wie. Großartig. Aber wo finden wir einen? Okay. Hier ist eine Konsole. Mal sehen, was ich finde. Ja, dann gucken wir. Hinter welcher Tür? Hinter der Tür. Okay. Geh nachsehen. Ich bleibe hier an der Konsole. Wow.